Hallo ihr Lieben, habt ihr auch schon mal festgestellt, dass so mit zunehmendem Alter in der sogenannten T-Zone, also im Nasen-Wangen-Bereich, die Poren sich vergrößern, man mehr Teig produziert, mehr Mitesser entstehen. Das kann hormonell bedingt sein. Also bei mir war es jedenfalls so. Es hat ja in den Wechseljahren angefangen. Ich möchte euch diese wunderbare Salbe ans Herz legen. Es ist die Harzsalbe der Firma Biovolin. Wieder eine chemiefreie Lösung, wie bei den anderen Salben auch, in Bioqualität. Und der hierin enthaltene Aktiv-Harz-Wirkstoff, der kann dafür sorgen, dass die Talgproduktion reduziert wird und dass das Hautbild sich verfeinert. Also ich habe bei mir festgestellt, ich benutze diese Salbe jetzt auch schon seit einigen Monaten, ist auch wieder leicht aufzutragen, zieht schnell ein. Ja, dass meine Talgproduktion nicht mehr so arbeitet, dass meine Poren verfeinert sind und dass insgesamt mein Hautbild viel ebenmäßiger geworden ist. Und ein schöner Nebeneffekt. Ich trage sie besonders gerne auf, wenn ich abends was vorhabe und Make-up auftrage. Ich habe festgestellt, dass meine Haut nicht mehr so fett glänzt und ich nicht immer Puder nachlegen muss. Und meine Haut behält einfach diesen schönen Glow. Also wenn ihr es auch mal ausprobieren wollt, ich kann es euch nur ans Herz legen. Ihr könnt natürlich wie immer risikolos beim Hersteller direkt ordern mit 30 Tage Geld zurück. Garantie. Ich bin gespannt, ob sie euch auch so gut gefällt wie mir und freue mich auf euer Feedback. Tschüss, eure Birgit.